Tja, damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von 7 days to die Experimental wollte ich sagen, Trey Direct hat gestern gefeiert, hat auch gerade gesagt, hat ein Hangover, ne? Ja, wir sind der Experimental, der 1-0, wir haben uns in der letzten Folge ein bisschen die Grundlagen angeschaut, was so alles geht, die neuen Kisten finde ich richtig schick, muss ich sagen, und ich habe mich hier oben eingerichtet, zeige ich euch natürlich, wie das Ganze aussieht. Die erste Folge war ja so eine Überlängenfolge, wir gucken uns die erste Quest an und, 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 und. Und jetzt muss ich nur den Eingang finden, ich klappe gerade aus. Ja, hier habe ich schon mal soweit entkernt, es ist noch klein und fein, ich habe halt alles so ein bisschen grundlegend hingesetzt, da haben wir sonstiges, Waffen, Werkzeuge, Bauen und Essen. Ich habe auch schon hier den Kochtopf reingemacht, den wir in der letzten Folge gefunden haben, natürlich super praktisch und ich konnte dann schon mal ein bisschen Wässerchen kochen. Jetzt müssen wir nochmal gucken, Wasser, ja, Wasser müssen wir auf jeden Fall reinziehen. Da sind wir bei 59 und das Wasser gibt 19, da können wir uns auf jeden Fall beide Wasser reinziehen. Sehr schön, ein paar Kisten habe ich gesetzt, hier ist mein Schlaf gemacht, wie immer mit Schlaf-Oase, ein paar Pflänzchen hin, ich nehme diesmal die kleinen Pflanzen, muss schon reichen, denke ich erst mal. Und weiter ausbauen können wir auf jeden Fall immer noch. So, wir haben eine Quest, der Frohe, der Frohe, der Frohe auch, aber auch der Frühe Vogel haben eine Quest, deswegen gehen wir mal rüber. Achso, habe ich alles dabei, um das hier zum Beispiel zu reparieren? Ja, habe ich. Sehr schön. Die Reed-Residence. Oh, die Autos sind aber ein bisschen tiefer gelegt, ne? Das schaut schon nicht schlecht aus. So. Die Nachbarn haben anscheinend im Duo gekauft. Cool, und da ist irgendeine Schrottkarre. Na, kann sich nicht jeder einen Neuwagen leisten. So, wir werden mal bei dem jungen Mann hier guten Tag sagen. Na, hat's Frühstück geschmeckt? Hm? Hat's geschmeckt? Oh, vorbeigepiekt. Ausdauer? Ja, kriegst du. Sind die stabil? Gar nicht mehr so Erinnerungen. Und das war alles Powerschlag. Okay. Oh, das ist gut. Können wir ziemlich neue Knochenmesser draus machen oder das alte reparieren. Wenn das ging, ich weiß gar nicht mehr. So, was haben wir denn? Wir haben Retrieves the Supplies. Und die Nachbarn im Garten wären direkt wach. Was mich mal interessieren würde, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das mit den neuen Zombies findet, dass sie die einfach so ein bisschen eingefärbt haben. Also ich denke mal, gerade bei größeren Horden ist das gar nicht so schlecht, weil man dann halt ein bisschen Variation drin hat und nicht immer den gleichen Kram. Also immer die gleichen Zombies. War ja meines Erachtens noch längst überfällig, ne? Gerade in den Bürogebäuden, wenn dir hier fünfmal der Businessman da entgegenkommt. Ah, hier hatten wir unsere Basis drauf. Komm runter. Ich piek sie im Bobbes. Komm raus da. Sie blutet auf jeden Fall. Da tropft es schon. Und da ist noch jemand wach geworden. Ihr Lava ist auch wach geworden. Müsst doch mal ausprobieren, ob wir eventuell... Ups. Ich will nur kurz meine Ausdauer komplett voll machen. So, so wird es leichter. Ich muss sagen, ich freue mich schon sehr, wenn die Modder hier am Start sind und das Spiel zu dem machen, was es eigentlich von Potenzial hat. Also gerade die Undead Legacy Mod und so weiter mit dem Gewicht und Autos reparieren und den ganzen Kram. Das finde ich richtig cool. Und es gab ja auch in der Alpha 21 schon verschiedene Mods, die auch das alte Farming wieder reingebracht haben. Das hat, glaube ich, aber nur semi-gut funktioniert, meine ich. Wo bist du? Ah, da bist du. Der Koch persönlich. So. Das ist auch neu, gell? Das Chemiekram hier. Haben wir hier noch was? Hier sehen wir es nochmal. Ja, das ist auf jeden Fall neu. Oder? Doch, an den Kanister mit der Beschriftung hätte ich mich erinnert. Definitiv. So, das gibt Kunststoff, ne? Nehmen wir natürlich mit. Kunststoff können wir immer gebrauchen. So. Die brauchen wir für unsere Oase. Nehmen wir natürlich auch mit. Ich nehme auch mit. Oh. Oh cool, mal ein anderes Shirt. Okay, sie sind nicht nur eingefärbt. Ne? Es scheint eine Kinderkrankenschwester zu sein. Die hat nämlich hier Äntchen auf dem Shirt. Ne, sie haben nicht nur die Texturen eingefärbt. Schon ein bisschen mehr. Auf jeden Fall. So. Mais. Mais. Nehmen wir natürlich die guten Pflanzen mit. Oder war das nicht früher mal Superkorn? Ne, ist aber nur ein normales. Meine ich. Gibt's das überhaupt noch? Fragen über Fragen. Kommen Sie, Aline. Come on, Aline. Die Brause-Tappel löst sich unter mir auf. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen kürzer gemacht. Dass er nicht so lange ausblutet da. Ups. So, find the river supplies. Wir haben immer noch die river supplies. Wo sind sie denn? Wahrscheinlich auf dem Dach oder was? Ne, sie sind unterhalb von uns. Da sind sie doch auf dem Kühlschrank. Ich hab sie komplett übersehen. Ähm. Okay. Ja, cool. Die hatte ich mal eine Basis in der letzten Staffel, oder? In der... Im Let's Play. So, jetzt holen wir uns noch die... Das Täschchen. Oh. So. Äh. Robotik kochen. Nehmen wir alles mit. Waffen. Noch ein Messer. Die sind aber nicht unterschiedlich, oder? 5, 20, 404. 5, 20, 404. Ne, ist gleich. Cole. Das ist Gott. Emilia, raus. Da geht's raus. Spiele mal eben auf 40 FPS runtergedroppt. Ich dachte gar, was zappelt denn hier so. Ja, schade. So, auf den ersten. Ich hab mir so ein bisschen Let's Plays angeguckt. Beim, ähm... Jawoodle. Da hat er auch relativ früh schon seine Videos rausgekommen. Boah, bin ich so. Hier war hart überladen. Und da hatte ich echt Hoffnung, dass das Spiel von der Performance nochmal einen guten Schub gemacht hat. Oh, einen roten Tee. Den ziehen wir uns aber direkt rein. Ah, nehmen wir mit. Oh, das ist auch neu, oder? Hier. Äh, das ist gar nichts. So, ein Königreich für ein Fahrrad. So gäbe mir ein Fahrrad. Ah, da müssen wir jetzt ein paar Quests machen, ne? Müssen wir vielleicht jetzt in der Folge hier mal ein bisschen durchziehen, die ganzen Quests machen. Dann sollten wir ja ein Fahrrad haben. Sollen wir uns vielleicht ein bisschen... Hm, wir haben jetzt 5 Millionen... Na, 5 Millionen ist übertrieben, sind's nicht. Aber ein bisschen viel Kram haben wir einstecken. Was ich wirklich cool fand, war jetzt hier, wie der Händler einen morgens begrüßt. Dass er halt hier mit... Ich hab hier ein Hangover. Äh, ja. Ich bin mir bei den Toren gespannt, ob das Doppel-E-Drücken noch geht, um das Tor schnell auf und zu zu machen. Äh, Holz kriegen wir so. Cornbread, interessant, aber nicht notwendig. Wir nehmen das Crafting... ...Skill, Dings. Äh, 136 Meter. Ein bisschen kochen, wir lernen noch ein bisschen was. So, bringen wir den Kram nach Hause und dann gucken wir, was da hinten los ist. Da, 150 Meter. Ich sortiere kurz aus, wir sehen uns dann gleich zur Quest wieder, würde ich sagen. Und ziehen wir das hier durch. Also, bis gleich. Da sind wir wieder zurück. Ein Bong ist auch breit. Der ist ganz schön gerostet, ne? Der sah von mir so schick aus. Vielleicht fährt er irgendwann wieder. So. Was haben wir denn hier? Wollen wir mal kurz in die Garage schnuppern? Da ist eine Werkbank und hier ist bestimmt ein Zombie. Genau, ein neues Messer habe ich mir gemacht. Ich habe gerade gesehen, dass ich ja geskillt hatte. Und somit hätte ich mir auch ein neues Messer machen können. Habe ich aber irgendwie verpasst. Na, die Kisten mache ich aber auf jeden Fall auf. Das ist ja wohl klar, dass wir die öffnen. Ah, nice. Das ist schon fast besser als eine Angstpistole. Warum nur die Munition zu? Oder war die 762? Ich glaube sogar, dass sie 762 war. Oder? Ja, 762. Nice. Nice. It's nice to be a price, but it's higher to be a buyer. So. Los geht's. Da geht das Tor wieder zu. Und ich habe die Werkbank nicht gelootet, ne? Von lauter Kisten hat es mich abgelenkt und ich habe die Werkbank nicht gelootet. Was mir auffällt oder was mein Eindruck ist, ist, dass das Spiel insgesamt heller ist als die alte Version. Also ich habe ja normalerweise Gamma immer... Ich habe nur die Kante weggeschlagen. Ich habe immer Gamma höher gedreht, damit ihr was mehr seht, damit ich mehr sehe und so weiter. Aber hier bei der Version ist das eigentlich nicht notwendig. Nö, 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 da. Geht's hier rein? Ne. Ah, hier unten bestimmt. Irgendwas höre ich knoddern. Habt ihr denn gehört? Ah, da. Habt ihr mich schon gehört? Oh. Jetzt hat er mich gerade. Oder? Ja. Guten Tag. Hör mal auf. Komm, wir gehen mal hier hoch. Da kämpft sich's leichter. Oh. 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 So, next. Ich bin mir auch unsicher, ob man den Bluteneffekt in den alten Alphas so deutlich gesehen hat, oder? Ist das neu? Ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben. Ihr wisst es bestimmt. Aber so deutlich, dass sie so deutlich rumgesuppt haben? Ich meine, gut, die haben ja anscheinend Überdruck, die Zombies, so wie die klingen, wenn man den Kopf abschlägt. Oder zumindest ist es verstärkt, ja. Es kann sein, dass sie schon immer geblutet haben, nur dass es halt nicht so aufgefallen ist. Oh, Baby. Das ist sehr nice. So, lass mal vergleichen. 5,5 und 21,2. Ja. Weit, weit deutlicher. Achso, wir haben ja Helmlicht. Hab ich da vergessen, damit ihr auch was seht. Und ich renne hier halb blind rum. Nein, das mach ich nicht. Hab alles gesehen. Hallo? Ach, guck mal hier. Hello, Baby. Was ist denn das? Die mahnen sogar Bluttropfen. Sogar Bluttropfen auf dem Boden anscheinend. Da habt ihr gerade gesehen, da hat der Boden gekocht. Interessant. So, so, so. Okay, das ist anscheinend gesichert. Da fällt immer der Deckel ab, wenn man die, wenn man die Lootboxen da leer macht. Müssen wir mal machen. Clear the area. Okay, wir haben so ein bisschen Zombies. Können wir sie ja locken, oder? Ah ja. Und, und, und. Naja, immerhin. Immerhin rote Farbe. Ja, ist die was wert? Ja, die ist was wert. Okay, Glas brauchen wir nicht. Oh, wir haben ein Bierchen gefunden. Die verkaufen wir nachher. Wobei wahrscheinlich den kompletten Knüppel hätten wir verkaufen können, wenn wir mehr bekommen. Aber es ist ja, geht ja nicht um Maximierung hier des Gewinns. Geht ja ums Spiel. Und von daher ist mir auch herzlich egal, ob ich hier was zerlege, was mehr wert gewesen wäre. Oder ob ich da irgendwas optimieren könnte. Oh, hast du mir eine gedachtelt? Aber die Zombies sind doch irgendwie doof, oder? Dass die sich so an der Kante festbacken. Ich meine, die haben sich schon immer ein bisschen festgebackt. Die waren nie die smartesten Zombies, aber... Irgendwie ist es auffällig, dass du jetzt schon so ein zweites Mal das an der Ecke abhängen kannst. Ne? So, eine ganz schnelle Lootrunde. Ja, und ich loote, bevor ich alles sicher habe. Das gehört zum Spiel. Das ist schon völlig okay. Und das ist der nächste Kochtopf. Irgendwie habe ich es, oder? Wenn ich mir überlege, es gab schon Staffeln, wo ich so lange nach dem Kochtopf gesucht habe. Ich kann mich erinnern, da waren wir in der... Das war sogar, glaube ich, die Neviscan-Karte, wo wir rumgesucht haben. Damals. Warte, ich habe mich übersehen. Ja. So, ach genau, was wir aber machen könnten. Komm, wir sind ja schon mal hier. Wenn wir unter uns sind hier an dieser Stelle. Machen wir doch mal hier Y, oder? Haben wir doch jede Menge, die wir schon erledigt haben. Das war's? Ist das Menü nur so groß? Ah, es gibt noch Stufe 2 Challenges. Ah, okay. Wobei das eher so Sachen, die auf Zeit sind, ne? Also mehr abbauen, mehr Tiere töten und, 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 und. Okay. Verstehe. So, was haben wir denn hier an... an Möglichkeiten? Lass mal kurz schauen. Ich würde sagen, da müssen wir hier auf Level 3 bei Agilität. Das machen wir. Und jetzt haben wir noch einen Punkt. Können wir in Deep Cuts investieren? Ah ja, klar. Nicht, dass wir jetzt wirklich Probleme hätten, die Zombies zu töten, aber... Kein Zombie da. Da ist noch was. Ich würde mir irgendwie trotzdem wünschen, dass man wieder skillen kann, indem man macht. Also indem man ein Messer verwendet, dass man Sachen baut. Man muss ja irgendwie... Man kann ja bestimmt auch auf andere intelligente Weise verhindern, dass jemand 20 Steinexte baut, ne? Oder solche Sachen. Das kann man bestimmt irgendwie verhindern. Was? Verzögerter Tod. Aber ich finde es irgendwie cooler, wenn man halt... Wenn man durch Machen lernt. Finde ich irgendwie sympathischer. Da ist nichts dahinter, oder? Kann das sein? Ne. Oder habe ich da eben rausgelootet gehabt? Oh. Oh. Oh, vorbei? Ach ja. Oh, wir haben einen Grill gefunden. Sehr gut, das freut mich. Fett brauchen wir erstmal nicht. Das Sandwich brauchen wir erstmal nicht. Die würde ich am liebsten dann verkaufen. Pilzsamen. Na gut, die könnte ich. Könnte ich schon an die Wand heften. Komm, Nägel scrubben wir. Okay. Cobblestone können wir super schnell wieder herstellen. Das Ding machen wir klein für Brass. Und jetzt habe ich es wieder aufgenommen. Ein Beaker. Direkt zu Beginn. Was ist denn hier los mit dem Loot-Gott? Das kann ja auch nicht sein, oder? Das ist ja krass. Ein Beaker zum Start. Wow. Okay. So, warte mal. Dann modifizieren wir den hier. Aber mal. Dann tauschen wir Kette gegen... Geht das so? Ich mag nämlich hier... Lucille mag ich lieber... ...als die Kette. So, es geht nach Hause. Ich lasse den Dude jetzt da kommen. Wenn wir sonst hier nicht mit... ...Peanuts abgeben. So, ich mache mal folgendes. Ich würde sagen... Ach, sehr gut. Wo ist er? Da. Oh. Ja, klar. Ist ja wohl klar. Ein Let's Play ohne Regen... Äh, ne? Machen wir nicht. Ich gebe mal... Ich sortiere kurz aus. Wir sehen uns zum Abgeben gleich wieder rüber. Wahrscheinlich hat es dann schon... ...angefangen zu regnen. Richtig stark. Bin sehr gespannt. Äh, bis gleich. So, es regnet ordentlich. Ja, ja, ja. Oh, das Rezept für die Pocket Armor. Hm. Das würde uns mehr Inventarplatz geben. Jo, nehme ich. Nehme ich auf jeden Fall. Name ist nicht wichtig. Ich kann nicht sagen, dass ich mich nicht überrascht bin. Das lernen wir. So, verkaufen wollte ich. Hätte ich beinahe vergessen. Sind Sie hungry oder was? Hm. Jupp. 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 Sehr schön. So, wir könnten mal... Mach ich. Ja, die Waffe kann ich eigentlich da lassen, ne? Wenn ich die hier habe, die... ...die rettet mir auf jeden Fall mehr, denn Bobbes. Wow. Wie schnell ist das Nachladen, bitte? Das ist krass schnell. Okay. So, ein Punkt haben wir noch frei. Ähm. Ist eine gute Frage, auf was wir die Punkte geben, ne? Eventuell hier auf... Masterchef war ja nicht mehr zum Kochen, oder? Pum, 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 pum. Es gab doch hier mal stabiler Magen, oder... Ah, genau. Wir müssen Advanced Engineering, damit wir hier... ...Werkbank, ne? Workstations war doch Advanced Engineering, ne? Und danach dann der Grease Monkey für die Fahrzeuge. So, mach's. Ja, 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 ja. So. Ach, genau. Wollen wir mal gucken, ob wir den Wasserfilter kriegen? Watercooler? Weißt du, kannst du einen Watercooler kaufen? Okay. Interessant. Ah, der hat keinen Filter. Hat keinen da. Ist egal. Wir haben... Wasser haben wir jetzt wirklich nicht... Haben wir keinen wirklichen Mangel. So, ich packe mal kurz zu Hause die Pistole raus. Und die 9mm lasse ich da. Und... Ja. Dann sehen wir uns gleich wieder. Dann zum Quersten drüben, ne? Kleiner Cut nochmal. Bis gleich. So, da sind wir vor der Hütte. Ich würde sagen, wir schnuppern hier kurz mal rein. Da wissen wir ja auch, dass hier was dahinter ist. Ah, ist auch immer noch dahinter. Ein bisschen Munition. Dann starten wir das. Und holen uns die Kiste gerade wieder. Ich denke, so viel Zeit muss sein, oder? Das zu erledigen. So, oh. War das das nicht mit dem Hund? War das nicht mit dem Hund? Nee, das war ein anderes. Da war der Gang schmaler. Kann ich die eigentlich mitnehmen? Kann ich nicht mitnehmen. Hallo? Da steht er doch. In your hand. Zombie. Hallo, kann ich mal bitte hier ran? Danke. Ah, hier fällt der Deckel aber nicht ab. Nee. Ah, mein Pfeil darf ich wieder haben. So. Lass die Treppe in Ruhe. Lass die. Ich will dann noch runter gehen. Ich will auch wieder hoch und runter gehen bei der Treppe. Wo ist eine andere? Ah, der krabbelt da drunter, ne? Okay, dann. Messerchen. Au. Oh, gab schon XP. Okay. Ja, also bisher fühlt sich das Gameplay relativ gleich an, muss ich sagen. Also wie die Alphas zuvor. Klar sind kleine Ränderungen dazugekommen, aber so richtig rudimentär hat sich da nichts getan. Also klar Optik und so weiter jetzt mit diesen Challenges, die sie dazu gemacht haben. Und natürlich haben sie einige Sachen ausgetauscht, wie die Kisten und so. So, machen wir ganz schnell einen Küchenloot, würde ich sagen. Wir gehen hier nur so grob drüber, ne? Ich sortiere einfach mal so ein bisschen aus. Kaffee nehmen wir natürlich mit. So. Vergammeltes Schnitzel ziehen wir uns rein. Bugshot werde ich niemals brauchen. Gammelsandwich könnte ich essen in Verbindung mit Vitaminen, ne? Nägel, Scrap, Papier lassen wir da. Gammel lassen wir da. Brauchen wir alles nicht mitnehmen. Nö. Nehmen wir mit, ist wichtig. Kann man da drunter looten? Ja, kann man. Nazi. Nazi. Ich habe jetzt noch diesen Joe Cocker-Zombie, habe ich noch nicht gesehen, bis jetzt in verschiedenen Varianten, oder? Machen wir hier schon mal auf. Was ist denn überhaupt? Clear Area. Ah, das ist klar. Moin. Moin. Ups. 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 Da-da-da-da. Ne, niemand drin. Macht mich fertig. Das Gezische. So. Jo. Oh, no. Katja. So, wir versuchen mal ein Safe zu knacken, würde ich sagen. Gucken, ob sich da was geändert hat. Ich glaube, in der Undead Legacy war das, wo du dann das Knacksystem aus Skyrim hast. Dass du wirklich was machen musst und nicht nur einfach hoffen, dass der Timer dir hold ist. Ich mache sie alle leer, ist mir egal. Oh, da habe ich aber Glück. Obwohl, ich habe wirklich Glück. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Modify. Das ist schon okay. Crossbow Balls, die werde ich nicht so schnell verwenden. Iron Arrow, die nehmen wir mit. Die können wir, die können wir ganz lassen. So. Gerade die Griffmod. War die Griffmod nicht die, die das, warte mal. Wieso? Klicken. War die nicht stärker, längere Haltbarkeit, DE? Ne, Stamina Usage wird reduziert. Da gab es noch eine zweite, ne? Da gab es, uh, das wollte ich nicht. Da gab es noch eine zweite Mod, die die Haltbarkeit dann erhöhen würde. Ja. Gut. Äh, gleiches Prinzip wieder. Ich gehe kurz, sortiere kurz aus. Wir sehen uns beim Händler zum Abgeben der Quest. Ich denke, das Aussortieren ist jetzt nicht so spannend. Bis gleich. Uhu. Mhm, auch mache ich. Der Night Stalker. More Sneak Damage. Wow, warum nicht, ne? Ich hätte jetzt aber eventuell auch Vitamine genommen. Ich mache das mal so. Oh. Das, das macht aber einiges aus. Äh, Quatsch. Ich wollte ihm verkaufen. Flash some cash or get lost. Oh, you want a guarantee, huh? Well, maybe you should. Wow, wow. So, 330 Meter. Laufen wir das noch zusammen? Oh, bis gleich. Da sind wir schon. Eine Clear Quest. So, deswegen machen wir ein bisschen Grach hier. Hallo. Komm zum Clearen. Okay. Okay. Ups. Okay. Ach, den hat's. Hallo? Okay. Er knurrt. Ah ja. Sag mal, was ist denn das für ein Loot-Glück? So oft, wie wir jetzt schon einen Grill gefunden haben und das ist ja Wahnsinn. Also, so gerade die wichtigsten Sachen, so Beaker, Grill, sind ja alles so Sachen, wo du dir am Anfang des Öfteren einen absuchst. Kommt mir noch mehr? Sind hier nicht mehr versteckt? Ah, da hinten. Ich wollte gerade sagen. Gut, Messer ist natürlich auch echt ultimativ. Also, ich finde, ein Messer ist schon sehr stark. Also, gerade wenn wir jetzt das Jagdmesser finden. Gut, jetzt haben wir nur das billige Jagdmesser. Hat eine Lichtmaschine versteckelt. Oh, was ist denn hier los? Okay. Das Spiel ist auf jeden Fall heller geworden. Klar, ich habe jetzt auch hier die Kopflampe an. Da finde ich übrigens sehr gut, dass man keine Batterien einsetzen muss oder sowas. Aber ich glaube, wir alle, die 7 Days to Die in den letzten Jahren gespielt haben, warten noch auf diese Version, die entsprechend so mehr Survival wieder ist. Oder muss ja nicht 7 Days to Die heißen. Das kann ja anders. Kann ja auch, keine Ahnung, Schnullipop heißen. Hauptsache, das Spiel ist gut. Würde ich mir zumindest wünschen, dass dem so wäre. Dass nochmal irgendwann jemand sowas macht wie 7 Days to Die. Also, Freibauen mit Blöcken. Also, Minecraft in Erwachsen. Weil Survival-Spiele, die ähnlich sind oder auf was ähnliches gehen, mit Zombie bekämpfen und so weiter. Wir haben Hunger. Und der Griff ins Klo. Oh, geil. Nochmal ein Jagdmesser. Also, ähnliche Spiele gibt es ja zuhauf. Aber, die wirklich das 7 Days to Die Prinzip durchziehen, gibt es halt nicht wirklich. Kenne ich jetzt keine richtige Alternative. Okay. Dann müssen wir noch auf den Dachboden. Uh. Mal ganz kurz gucken. Nein. Äh, Chrysanthem. Gut, wir können Tee draus machen, ne? Ich hab's nur wegen Punkten gelernt. Das ist gut, dass wir hier ein zweites Messer haben als Ersatz. Finde ich sehr, sehr gut. Solange wir es noch nicht reparieren können. Ja, also, äh, Survival-Spiele in dieser Art gibt's ja sehr, sehr viele. Ui, hast du mich erschreckt. Und das war überraschend. Aber welche, die halt wirklich das wie 7 Days to Die machen, sprich, dass die ganze Welt aus Blöcken ist und neu gebaut werden kann und so Sachen, das gibt's halt nicht, ne? Oder, kenn ich jetzt keins. Komm ich nicht ran, ist mir auch wurscht. Spinalanästhesie. So. Ein Splint. Das Spiel will mir irgendwas sagen. Das sieht auf jeden Fall schon mal lecker aus, was da drin ist. Sehr gut. So. Der letzte Cut für heute, würde ich sagen. Ja, wir können noch in die Gartner gehen. Ja, gut, wir können's doch sein lassen. Äh, aussortieren, Händler abgeben und dann sind wir schon wieder am Ende einer Folge. Das geht doch schneller als erwartet, aber ich will auch mein Fahrrad haben, ne? Das muss doch schon sein, ne? Also, bis gleich. So, da sind wir schon wieder. Hey, Asshole! Du bist so ein netter Kerl. Ich mag dich auch. So, wir nehmen natürlich Crafting-Skill-Magazine. Der Rest medizinisch brauche ich nicht. Farming ist nicht meins. Munition haben wir genug gefunden bis jetzt. Vitamine wären nicht schlecht, aber ich denke, das passt so ganz gut. So, lass mal ganz kurz reingucken. Yo. Shotgun Weekly ist gut. Medical, naja. Elektrische Fallen, na gut, hätte besser sein können. So, ich hab dir noch was zu verkaufen. Achso, wir nehmen noch ein Quest mit. Äh, Clear Zombies in 400 Metern. In 400 Metern. Okay. Thank you very much. And now you can go fuck yourself. Pfff. Was ist das? What? Das ist natürlich nur ein Zitat. Komm, wir die Tür zu. Bevor hier irgendwas passiert, ne? Tja. Got the flu. Ended with... What? Set... Xite Plus? Hm. Hat wohl nicht ganz funktioniert. Der ist ja niemand, ne? Der Rest hat ja wohl nicht überlebt. So, lass mal kurz schauen. Äh, wir haben eigentlich alles verkauft. Tokens haben wir... Wieso wird mir noch ein Messer angezeigt? Achso, weil ich das herstellen könnte. Genau, Knife hatte ich gesucht. Richtig. So, wir haben das Messer gepimpt. Wir sind da. Das ist wunderbar. Haben wir noch Skill-Punkte? Einen haben wir noch. Arp. Ja. Ja, Werkbank machen wir erst später. Deswegen brauche ich bei Advanced Engineering, glaube ich, nicht skillen. Hm. Packmule weiß ich nicht. Können wir alles mit Taschen-Mods, oder? Belangen wir uns doch Taschen-Mods, würde ich mal sagen. Da müssen wir jetzt nicht großartig rummachen. Ich überlege mir das noch. Mal gucken. Ja, ja, ja. Oh, Lucky Looter. Ein Punkt auf Lucky Looter. Ich dachte gerade erst auf Dietrich oder so ein Kram. Aber Lucky Looter ist auch schon eine Nummer. So. Kurz vor sechs. Ich renne jetzt schon mal in diese Richtung. Trotzdem verabschiede ich mich aus dieser Folge. Ich denke, nächste Folge haben wir spätestens das Fahrrad. Was ich gut finde. Und dann sind wir ein bisschen mobiler hier. Genau. Der Looter-Spawn ist übrigens ausgeschaltet bei dieser Version. Die Tageslänge ist auf 90 Minuten und die Nacht endet um vier. Also ich habe das ein bisschen kürzer gestellt. Ich finde das für das LP einfach angenehmer. Nur damit du Bescheid wirst, wie ich hier zocke. Und ich habe keine Horde Nacht eingeschaltet. Das ist auch wichtig zu wissen. Weil ich habe es schon oft erklärt. Für mich ist die Horde... Irgendwann kommst du da einfach durch. Denkst dir neue Taktiken aus. Baust den nächsten Kill-Korridor auf und so weiter. Das ist nichts, wo ich Spaß dran habe. Aber Loot-Respawn muss aus, finde ich. Weil wir sind ja Apokalypse und Loot ist rar. Und sie sagt auch nochmal Hallo. Komm, du bist mein Finaler. Na? Das war's. Wir sehen uns... Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Und dann... Ach komm, dann nehmen wir den auch noch mit. Dann, so viel Zeit muss sein. Ist schon tot. So. Oh, links, rechts, schleudersitz? Okay, das muss ich aber auch noch. So kann ich nicht abmoderieren. Das war anders geplant. Du auch noch. Ich mach schon mal einen Sneak-Peak, wo es in der nächsten... In der nächsten Folge hingeht, wollte ich sagen. Sag, was ist denn los? Ich will doch abmoderieren. Ihr wollt das nicht, ne? Ihr wollt, dass ich hier weiterspiele. Klappt doch, ihr spinnt. Guck mal, eine richtige kleine Stadt. So. Hier geht's in der nächsten Folge rein. Ich palfuriere schon mal die Zombies vor für euch. Und mit Blick auf das Fire Department, oder? Würde ich mal sagen. Never scan Fire Department. Ist eine Feuerwehr, würde ich sagen. Die ist neu. Cool. Verabschiede ich mich zur nächsten Folge. Äh, bis zur nächsten Folge, wollte ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.